und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Odyssey und wir sind im Schlemmerland Oben auf dem Vulkan ist eigentlich nichts mehr. Deswegen springen wir jetzt hier runter. Das ist unser Pumpel tot. Hey, Captain Toad, wie ich hierhergekommen bin, nach all der anstrengenden und Schwitzerei kann ich mich nicht mehr so daran erinnern. Puh, sag mal, ist ja auch so heiß. Na, wenigstens habe ich diesen Mond gefunden. Nimm nur, er gehört dir. Zack. Dankeschön. Mahlzeit, Captain Toad. So, wo kommen wir denn mit dieser Kanone hin? Okay. Oh, ich war jetzt gerade, äh, etwas blöd gehüpft. Gehen wir nochmal oben auf den Topf drauf. Vielleicht gibt es ja mal was, was ich übersehen habe. Es gibt eine Notenjagd sogar. Wo wir die machen, machen wir kurz hier die ganzen Klöpschen kaputt. Kann auch mal besser sein, so Kartoffeln oder was sind die Art. So, damit wir bei der Notenjagd keine Probleme kriegen mit irgendwelchen Sachen, die im Weg kommen fahren. Na. Zack, 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 zack. Zack, zack. Und hier noch die 5. Ops. Okay. Zip. Okay. Zwei Sprünge. Zwei Sprünge. hat gereicht die notenjagd schwimmen im kochtopf da oben haben wir jetzt noch vier die kriegen wir auch noch ich sehe da sind nun sind nicht gesammelt haben die wohl ich mir jetzt 94 100 in einer spalte im boden so die restlichen sind noch weiter im norden das heißt ja das ist der eine eingang für die zwei mich mal gespannt was es hier gibt alles anzünden danke schön das fisch habe ich nicht kommen sehen mit dem getier im boden angezündet ok 2 haben wir und wo kam jetzt dieser feuerball bitte von dir wahrscheinlich drei leben sind wieder voll schön und das muss ich hier glaube ich noch weit schuss boing yes habe ich noch einen vergessen ne ich habe doch alle oder hallo hier muss es noch einen mond geben ich weiß nicht ob ich was da sehen wenn das nicht funktioniert mit dem da hinten ja ganz unten brennig ja ganz unten brennig na hätte ich das mal vorher gemacht dann müsste ich das nicht jetzt machen aber dann kommt es noch ein wenig kräftet mal krank Damit haben wir das auch. Und es fehlt, glaube ich, nur noch einer wirklich. Wo ist der jetzt? Ist der da unten? Ah, da versteckt er sich. Na, dann brauchen wir hier nur einen von den kleinen Flammen. Zack, ein Mond für dich, unter dem Fleischblatt. Und damit haben wir auch wieder alle Monde in der Welt gesammelt. Außer die Länder sprennt er, ja, ich weiß, oder? Na, die mag ich nicht. Ich weiß nicht, aber nicht so cool. Zack. Braucht keinen von euch, der mir den Käse kaputt macht. Mittlerweile ist das Movement in dem Spiel schon besser geworden. Ja, den Ausen fange ich jetzt nicht. Das kannst du vergessen. Na, ich will nur zurück zur Odyssee. Habe ich. Leute, stimmt, das war andersrum. Habe ich den? Schön gemacht. Mit den Goombas. Wupp, 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 wupp. Ey, die sollten mich dann schon angreifen. Na, komm, ihr auch noch mal. Wupp, 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 wupp. Nein, ihr sollt mitkommen. Hallo. Wupp, 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 wupp. Okay. Alter, wie groß das ist. Goombas Deck. Da muss ich rüber. Oh, nee. Geh doch weg, geh doch weg, geh doch weg. Hier kommt der Goombas Deck, Goombas Deck, Goombas Deck. Hey. Es hätten, glaube ich, viel gereicht. Für den Mond. Von den Goombas. Oh Mann, es sind mitten der Lava. Aber mit zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf ist es noch lustiger. Dann kann ich direkt wieder hier oben aussteigen. Und zurück zu Odisse. Oh, hier ist auch noch ein Tic-Tac-Turnier. Das habe ich schon gemacht. Okay. Okay, 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 okay. Dann haben wir für heute auch unser Monde eingesammelt. Wenn meine Mütze jetzt kommt, können wir sie auch einzahlen. Zack. Dann ist die Heute-Folge etwas kürzer. Aber ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in der nächsten Welt. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020